Hallo und herzlich willkommen heute zu einer Runde Don't Scream. Ich würde sagen, das schreibt das Spiel auch ganz gut. Also wir müssen wohl durch einen Horrorwald laufen, dürfen nicht schreien. Ich bin gespannt, ob wir das schaffen. Drückt uns die Daumen. Okay. Also, ist das ein Rundsack? Am Homestead? Cemetery. Danke. Okay, ein Rundsack. Okay. Einfach warm. Im Einkaufshaus habe ich keine Lust. Wiedhof? Äh, kann ich drauf erzählen? Das Haus? Keine Ahnung. Aber unter einer Farm kann ich mir was vorstellen mit Scheune und Tieren. Klopfen? Stimmt, mein Herz schlagt. An sich ganz schön dillisch. Ein Kämpfer. Ist aber weit abgekommen von der Fahrbahn. Oh. Jetzt glaube ich nicht ganz so gut. Ich glaube eigentlich ist der Wald ganz schön schön. Okay. Hat er jemand eine Spinne gesehen? Was? Warum ist der Alarm? Warum ist der Alarm? Warum ist der Alarm? der Alarm? Warum ist der Alarm? Not funny Kindheitstrauma Not funny Okay, es kann uns Nein Nein Was war das? Kann mich bitte hier abholen? Achtung, Achtung, ich sage, kleine Piri, bitte aus dem Waldparadies abgehoben zu werden. Wollt ihr hier nicht fahren? Hallo? Wollt. Wollt. Wollt ihr uns gerade mit Fischen bewegen? Wollt. 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 Hallo Wildschwein. Ich hätte jetzt keine solche Namen gehabt. Was ist da vorne liegen? Noch ne Spinne? Ehefüge, euch kenn ich schon. Woher... Oh no! Oh, die Druiden Benchy, die hat mich geschafft. Oh no! Oh! Yo screamed! Okay. Versuch Nummer 2. Die Druiden Benchy hat mich geschafft. Diesmal gehen wir aber nicht Richtung Arm, sondern... Na komm, das ist ne Homestead. Finden wir jetzt raus. Und vielleicht kommen wir auch an... ... 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 I didn't see. Und diesmal war ich nicht mal zu laut. Ach so, mal drei. Das war vorhin. Das war. Ampio. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Da rein Oh, ich werde doch safe beschreien Das Gepreische wieder los Oh, ich werde doch nicht 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 Vielen Dank. 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 Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Perfekt. Also so schlimm, wie manche Leute sagen, also so schlecht, wie manche Leute sagen, finde ich das Spiel gar nicht. Das ist für einen Casual-Gamer echt gut. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.